Hi Leute, ich melde mich mitten aus dem Swim Performance Camp hier aus Karlsruhe mit meinen Lehrgangsteilnehmern. Wie geht's euch? Seid ihr alle noch motiviert? Wollt ihr ein bisschen vorschwimmen? Ja! Okay, also ein Schwerpunkt unseres Lehrgangs war Verbesserung des Kraularmzugs und das werden wir euch jetzt mal präsentieren. Wir schwimmen jetzt einfach mal 25 Meter Kraulabschlag für euch und das Ziel wird sein, einfach den Armzug vom Wasserfassen über die Druckphase zur Zugphase, Rückholphase, beschleunigt zu kriegen, sodass man eben den Druck ans Wasser abgeben kann und einen Tordrief erzeugen kann. Wir schauen jetzt mal, oder ihr überprüft, wie das Ganze klappt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich! Wir wollen ja alle gut ausstehen und rausgehen. Ja, wir sind hier. Und so! 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 Okay, ganz am Ende ein bisschen durcheinander. Gehört aber auch dazu. Ja, ich finde, ihr habt das ganz gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und wie ihr seht, es kann sich jeder anmelden für die Lehrgänge, es ist für jeden was dabei. Ich bedanke mich für euch allen fürs Mitmachen und ich hoffe, euch hat das Slim Performance Camp gefallen. Und wir werden jetzt aber noch ein bisschen was trainieren und danach werden die Lehrgänger sicherlich nicht mehr so munter sein. Bis bald! Euer Dominik. Ciao, ciao! 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 Ciao!